Jo! Hallo meine Lieben! Seid recht herzlich gegrüßt hier auf meinem Kanal. Da leben wollen wir Urlaub machen. Und ich möchte heute ein paar Userfragen beziehungsweise Fragen, die ihr habt. Versuche ich zu beantworten, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich möchte vorher noch den Faruk grüßen, den Senat, den Welcome Aranya, Goodbye Germany. Und meinen lieben Freund, den Herbert, den Bodo in Aranya. Ihr wisst sicherlich, wir haben ein Quartett gebildet, arbeiten jetzt zusammen, suchen uns auch Themen raus, die für alle interessant sein können. Falls ihr da wissen wollt, wer wer ist, verlinke ich euch gerne gleich noch das Video, das Vorstellungsvideo von uns allen unter dieses. Dann dürft ihr gerne auch beim Faruk, beim Herbert und beim Senat ein Abo und ein Like da lassen, eventuell auch einen Kommentar. Auch das bleibt euch überlassen. Ja liebe Leute! Es kommen immer wieder Fragen, die ich eigentlich selbst gar nicht beantworten kann. Die müsst ihr euch selbst beantworten. Aber ich möchte da einfach mal darauf eingehen, weil es heißt, wenn ich jetzt in die Türkei komme und ich fliege zurück nach Deutschland, muss ich dann in Quarantäne. Leute, ich höre mittlerweile die verschiedensten, bildesten Geschichten. Da steht Polizei am Flughafen, die verlangt hier aktuell den Corona-Test aus der Türkei. Den wollen die sehen. Wenn der negativ ist, alles gut. Wenn der positiv ist, kommt ja gar nicht nach Deutschland. Das ist aktuell so, dass ihr hier in der Türkei in Quarantäne bleiben müsst. Ob es häusliche Quarantäne ist oder irgendein Hotel, weiß ich nicht. Aber ich habe es halt von vielen Pauschalurlaubern gehört, dass die dann in ein Hotel müssen, was extra Quarantäne ist. Also Quarantäne-Hotel. Und dort werden sie auch mit Essen und Trinken beliefert. Privat sieht es natürlich anders aus. Aber da kommt Beldiere, nennt mich Schlag mich tot. Da kommen Leute hier von der Stadt und beliefern euch mit Lebensmitteln. Da braucht ihr euch auch keine Gedanken machen. Zur Frage Quarantäne in Deutschland kann ich wirklich nicht beantworten. Aktuell nicht, weil ihr wisst, die Gesetze ändern sich ständig. Und dann ist es auch vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich weiß es aktuell noch so, dass der einfache Corona-Test aus der Türkei reicht. Das heißt, ich mache den hier, schicke den an mein Gesundheitsamt in Salzgitter und die befreien dann in der Regel eigentlich sofort. Also das dauert vielleicht eine halbe Stunde, dann ist das eher das Schreiben von der Nase. Sie sind von der häuslichen Quarantäne befreit. Also wie gesagt, schaut da aufs Ziel, zumindest in dem Bundesland, wo ihr lebt, dass ihr da euch Infos holt über euer Bürgercenter oder sonst was. Weil es ist wirklich zu unterschiedlich. Wenn ich jetzt für alle Bundesländer der Welt hier, oder für alle Bundesländer von Deutschland die Quarantäne-Einreise regeln, dann wird das Video, glaube ich, acht Stunden lang. Und das wird auch ein bisschen langweilig. Und dann kam die Frage, als ich gestern Abend ein Video gemacht habe oder hochgeladen habe, zu privaten Wohnungen mieten bzw. privat Urlaub machen. Also erstmal Leute, es war folgendes. Ich habe einfach mal so im Internet geguckt und habe mir gedacht, okay, eine Privatwohnung ist günstiger als ein Hotel. Dann buchst du das mal. Hatte dann auch Kontakt mit dieser lieben Frau. Ich habe ihr eine Kaution damals von, ich muss jetzt lügen, 300 Euro geschickt. Daraufhin schickte sie mir eher die Schlüssel für die Wohnung. Und ja, bin ich dann dorthin. Ich hatte meine Schwester eingeladen mit den Kindern und es lief eigentlich auch alles soweit so gut. Ja, dann kam irgendwann, wie gesagt, ich war vier Wochen da. Nach den vier Wochen habe ich dann alles fertig gemacht. Wohnung, Endreinigung und so weiter und so fort. Ja, schicke die Schlüssel zurück und kriege dann einen bitterbösen Brief, dass man mich vor Gericht zerren will, weil ich in der Wohnung randaliert hätte. Also es werden Sachen gefehlt. Man hat mich dann auch als Dieb bezeichnet. Ich hätte Sachen geklaut. Ich hätte die Wände veranstaltet. Ach, was ist denn die Waschmaschine kaputt gemacht? Ich hätte sämtliche Einrichtungsgegenstände geklaut und her und her. Ja, daraufhin habe ich dann die nette Frau gefragt, ob das ihr ernst ist. Ja, weil ich nicht so assi bin, dass ich da irgendwelche Salz- und Pfefferschreuer klauen müsste, beziehungsweise irgendwelches Inventar. Und ich fand es einfach nur ein bisschen böse. Die hat es aber komplett durchgezogen. Wir wollten es dann ihrem Anwalt übergeben. Mein Schwager hatte sich dann damals bereit erklärt. Ich hatte ihm dann Geld geschickt, dass er mir dann... Ich hatte die Wände verunstaltet. Überall waren Fingerabdrücke drauf, bla bla bla. Also alles so eine Sache. Als ich ausgezogen bin, wie gesagt, habe ich ihm guten Glauben einen Schlüssel abgegeben und die meinten dann eben, ja, alles kaputt, das muss gemacht werden. Schaden, mehrere tausend Euro. Und ich habe gedacht, Alter, will die mich jetzt veraschen? Will die mich jetzt hier abzocken oder was? Na, auf jeden Fall kam dann eine E-Mail nach der anderen. Ich habe dann meinem Sparger damals Geld überwiesen. Der hatte Farbe gekauft und hatte dann die betroffenen Stellen gestrichen. Ja, dann kam die, wie gesagt, die Androhung an der Auszeige wegen Diebstahl. Und da ist mir dann die Hutschnur geplatzt. Ja. Also, die Geschichte ist gut ausgegangen, weil ich ja meine Meinung gesagt habe. Ja, war leider eine ältere Frau, die die Kohle brauchte. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch gefahren, sollen wir die Wohnung verkaufen? Oder sollen wir den Schlüssel schicken? Dann fahre ich sofort selbst hin und gucke nach, ob da wirklich alles fehlt. Ja, da war sie natürlich nicht bereit zu. Also, ich gehe mal davon aus, weil es mit Endreinigung war, dass dort einige Sachen mitgehen lassen oder mitgegangen wurden, gemacht und gelassen sind. Also, ja. Nicht, also für mich ist die Geschichte auch relativ ausgegangen, gut ausgegangen. Ich habe 200 Euro meinem Schwager überwiesen und dann hat er das da. Ja. Viel Geld, ich weiß, aber besser als viel Stress. So, die nächste Frage von euch war, Aja Hotel, kannst du das wirklich empfehlen? Leute, ich habe damals, viele kennen das noch, als es rötlich war. Das hatte so eine rot-braune Farbe und es war für mich sehr, sehr geil eigentlich. Leute, ich habe diese Farbe sogar direkt hier vor meiner Haustür. Ich kann euch das ja mal gerne zeigen, ganz kurz. Jeder wird sich an diese Farbe, Aja Hotel, ja. Wie gesagt, diese Farbe hatte damals das gute Aja Hotel. Und da habe ich dann gerne Urlaub gemacht, ja. Aktuell ist, wie gesagt, es wurde ja dann irgendwann komplett saniert, komplett neu gebaut. Also komplett, ne. Und seitdem hat es mich nicht mehr so angesprochen, weil es einfach den Charme verloren hat. Ja, da lag halt mal eine versiffte Tischdecke, ne. Da war auch mal alles ein bisschen unendlich, aber das war das eben so. Ich brauche es nicht blitzblank, um Gottes Willen. Gar kein, ne. Und das heutige Aja Hotel, ich war auch ein paar Mal da, aber hat lange nicht mehr den Charme. Ist gut, muss ich natürlich sagen. Also das Hotel an sich ist gut. Ich möchte vom Gottes Willen keine Negativwerbung machen. Also wie gesagt, ihr könnt es buchen. Dreieinhalb-Sterne-Hotel, ihr habt alles da, was ihr braucht. Fernseher, Klima, ne. Es ist alles da. Auf dem Zimmer. Wenn der ventilatorisch bei mir das hier, Föhn und so Mist. Ne. Alles das, was man braucht. Also man kann es guten Gewissens buchen. Ist halt nur halt ein günstig, ich will nicht sagen, billig Hotel ist ein günstiges Hotel. Also von daher ein paar Schritten. Die nächste Frage, mit Klima heizen, ist das teuer? Jein. Jein. Es kommt immer auf die Klimageräte an. Habt ihr ein Invertergerät, wird es natürlich ein bisschen günstiger alles. Also auch vor allem im Sommer, wenn ihr als Klimaanlage nutzt. Wenn ihr es natürlich im Winter nutzt, ist klar, ist es nicht mehr ganz so teuer. Aber trotzdem verbraucht das Ding Strom. Aktuell, Leute, müsste ich lügen. Also ich habe etwas gehört von unterschiedlich, je nach Region, zwischen 13 und 15 Cent die Kilowattstunde hier in der Türkei. Plus Tag- und Nachtstrom. Also auf der Abrechnung, egal welche ich jetzt gekriegt habe, waren immer Tag- und Nachtstrom vermerkt. Dein Nachtstrom ist dann natürlich deutlich günstiger. Wieso, weshalb, weswegen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nur so weitergeben. Und muss sagen, dass man hier eigentlich relativ selten Stromrechnung wirklich über 60, 70 Euro hat. Also selbst, ich sag mal, was habe ich jetzt bezahlt bei meiner Wohnung bei der letzten 116 Tele. Wenn ihr das durch 9,3 teilt. Ja und wie gesagt, ich hatte oft Klimaanlage an. Und ja, auch, ich nutze die Klimaanlagen ja viel als Ventilator. Aktuell auch noch. Ja, lassen wir uns überraschen. Also auf jeden Fall ist hier der Strom viel, viel günstiger. Das Gas ist, weiß ich nicht, muss man mal ausrechnen. Aber ich denke mal, immer noch viel, viel günstiger. Und Wasser sowieso. Ja. Also hier ist das Leben. Die Nebenkosten sind im Allgemeinen. Oh Leute, nicht falsch verstehen. Für uns Europäer. Für uns Europäer. Ja. Beziehungsweise für die, die mit dem Euro hierher kommen. Das wird, glaube ich, immer noch falsch verstanden. Natürlich. Weil der Türke an sich oder der Einheimische, der hier wirklich mit seiner, ne, der seinen Mindestlohn hier verdient, der muss zusehen, dass er damit über die Runden kommt. Das ist klar. Ja. Und wenn er dann hier, sagen wir mal, wirklich eine gute Wohnung hat, eine günstige, 1.1200, 1.1200. Ja, ist auch, 1.1200 ist auch eine geile Zahl. 1.1200. 1.1200 Tele, sage ich mal. Ja, dann kommt noch seine Nebenkosten dazu. Auch nochmal 3-400 Tele. Weil dann ist er bei 1.6 und bei 2.5 oder was Mindestlohn, könnt ihr euch ausrechnen, wie viel dann zum Leben bleibt. Also wir haben für die Türken verdammt teuer. Für uns als Europäer immer noch durch den Euro-Umwechselkurs aktuell ein Schlaraffenland. So, letzte Frage, mit der ich mich schnell befassen möchte. Was heißt Frage? Ich habe es ja praktisch so als lustigen Kommentar gesehen. Benzin ist da unten ja günstiger als Alkohol. Ja, ist so. Jeder, der hin in die Türkei kommt, jeder, der schon mal hier war, sagen wir mal so, jeder, der in die Türkei kommt, wird ihren Schock kriegen. Wenn er, natürlich nicht in den Hotels, da gibt es, wenn ihr all inklusive habt, habt ihr ja alles vor Ort. Also ne, Alkohol, wisst ihr ja. Wohnt ihr hier oder habt ihr vorher, wart noch nie in der Türkei und beabsichtigt euch hier was anzugucken. Und da werdet ihr schnell einen Schock kriegen und sagen, boah, was sind das für Alkoholpreise. Ja, Leute, das ist mit Absicht so. Ne, Alkoholsteuer ist hier hoch, damit die Leute nicht zu viel saufen. Was ich sehr gut verstehen kann. Eine normale Dose Bier, kommt drauf an, wo er sie kauft. Also ich habe das gesehen beim Großhändler, ich glaube ab 11 Tele oder sowas. Und hier in den kleinen Tekel-Shops am Strand, egal wo, zahlt ihr ab 20 Tele aufwärts. Also das kann auch schon mal 22, 25 sein. Je nach welcher Biersorte. Und, ja, sollte man sich überlegen. Also die Türkei, wenn ihr nicht gerade eine sehr, sehr gute Rente habt, ist die Türkei für Alkoholiker uninteressant. Aber das finde ich gut. Das sollte auch so bleiben. Ja, genauso wie andere Sachen, die hier sehr teuer sind. Ja, aktuell habe ich euch ja gestern gezeigte Liter Sprit. Egal, was für Diesel ist oder sonst was. Kaum über 7 Tele. Also geht. Durch 9,3 Teilen. Dann habt ihr wieder den Literpreis raus. Okay. Was war jetzt natürlich mal wieder ein Düberlandes Video. Aber ich wollte euch halt mal 4, 5 Fragen beantworten, die so auf die Schnelle immer wieder fast doppelt, dreifach, fünffach kommen. Und, ja, wenn euch das gefällt, bleibt bei mir. Lasst ein Norm da, ein Like, ein Abo, wie es euch beliebt. Das war es erstmal für jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das raschelt nicht wieder so. Ich habe das auch festgestellt. Deswegen möchte ich mir heute hier gucken, wo ich so einen 3-Bein-Stativ kriege, die Leute. So, dann kann ich mir das schön hinstellen. Und dann raschelt das nicht mehr so. Und die Bilder sind auch nicht mehr so verwackelt. Okay. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich entlasse euch jetzt. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da. Teilt das Video von mir so in die Welt hinaus. Sagt euren Leuten, dass es ein tolles Team ist. Die da gute Arbeit leisten. Okay. Also, vielen Dank. Denkt dran. Ich teile das Video nochmal unter meinem Video. Das Vorstellungsvideo. Alles klar. Bis deine. Bye-bye.